Yo Leute, ich komme hier zu einer Weihung voll von warfähig zusammen mit Futur. Juhuu, wieder da! Ich bin wieder Team Bavmatch, aber auf einer anderen Map, Quent Bazar. In Türkei, so wie soll es so. Ah, Tatsache. In Türkei, ich weiß das. Ich bin in Türken. So. Ah, wir haben nicht Sator als Gegner, aber wir haben David Panic. Oh, der Panic, ja, ich mochte. Mensch, nein, der Shotgun, Alter. Einfach alles Shotgun ist außer der. Alles Schütze. Der ADF, SD, FSD hat auch einen coolen Namen. Der hat sich frei entfaltet. Ja, Leute, jetzt lebt mal schneller. Eliminiert das feindliche Team. Okay, wir gehen in eine Sekunde. Das geht's. Ah, Foto, ich bin direkt neben dir. Bist du schon da? Äh? 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 Ich hab da ja, ich hab da ja. Weil du nur da rum stehst. Nur so. Kann ich nicht messern? Nein. Schade. Ich komm gleich, bin gleich dabei. Das fehlt. Das fehlt noch. Wenn man nicht messern kann. Okay, neue Map, neues Glück. Okay, da war einer. Runterspringen. Da unten ist er. Ey, komm mal. Boah. Ah, hat schon Luca. Oh, die sind oben irgendwo. Ne, eine war unten. Achtung, links, links, links. Ab ihn. Boah, er hat noch geholfen, dass ich nicht direkt ausletzt bin. Oh, hinter mir. Oh, shit. Morgen, der Wichser. Camper, Alter. Und da mit Penning haben ihn geholt. Fuck. Ab ihn. Oh, yes. Ab ihn. Also, Falschhand gibt's hier keinen. Hab ich grad ausgetestet, mal wieder. Falschhand? Ne, ne, Falschhand gibt's wohl nicht. Boah, ich guck mal ab. 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 Nächster Kill. Ah, jetzt hat er mich. Zächster kill? Vierter Kill. 4-1. HHC. Er ist klar. Ja, hab ich gehört. Okay, es gibt auch draußen. Nach draußen gehen wir wieder rein. Ah, drinnen ist die Action. Ja. Du kannst doch bessere Deckung. Ja. Eindeutig. What? Was war denn? Äh, Claymore. Fängt das schon wieder an. Fängt das schon wieder an, Leute. Diese Claymores und alle welche, was Wiener. Das sind meine besten Freunde. Boah. Der Umblick, Duck Pentagon sniped. Die Penis, Alter. Das hat schon was. Das hat mindestens... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Penis, Alter. Das hat schon was. Das hat mindestens... Ich weiß nicht. Die Penis, Alter. Da. Das Video. Ja. Das tue ich jetzt nicht unterschätzen. Wir haben gesagt, das Spiel ist krottenschlecht. Also so schlecht ist es. Ja. Von 2013. Echt? Hast du auch angeguckt? Ich hab's auch angeguckt, ja. Aber es ist von 2013. Also wenn du das bisher entwickelt meinst du? Ja, ja. Locker zwei. Alter. Schau was der jetzt seit zwei Jahren geworden ist. Ja. Das große... Ein Dreck. Ja. Ein Dreck. Spawnsystem zum Beispiel. Beispielsweise. Oder die... Aber jetzt halt so... Tatsache ist halt, dass halt... Ich hab 2013 angefangen und... Jetzt hab ich sich übelst entwickelt. Ich entwickle mich auch gerade. Ich sitze ein Massenmörder. Ja. Aber guck mal, ob die Statistik der Erste ist und Zweiter. Geh weiter. Lappen halt. Lappen, Lappen hier wieder. Lappen, Lappen hier wieder. Lappen, GamerTV. Also ohne Quizzi, werden auf die rechten Spiele. Spiel. Spiel das Spiel zum ersten Mal und wir machen Handgranaten-Kill. Ja, Lappen hier. Jo. Wir können. Komm mal nicht herüber. Ich will ja nicht. Ja, ich will ja nicht. Ah, ist weg. Weißt du, wo er kommt? Ja, da ist er auch tot. Wo er kommt? Ist auch tot. Ich hab ihn nicht genommen. Wo bist du? Ich bin da, wo du gestorben bist. Warte auf mich. Ich komme. Boah, das geht auf mich. Nein, ich warte ja nicht auf dir. Okay, warte es doch nicht auf mich. Ja, gut. Lass es halt. Ich wurde halt weggeholt. Oh. Das ist wirklich sehr übelst. Alter. Domecke. Ja, Mann. Ja, Mann. Weißt du, was du mich meistens freue? Auf Donnerstag und Freitag. Warum? Oh. Gamescom, Mann, Alter. Oh, jetzt macht er mich weg. Oh, das war ne Claymore. Nein. Ist doch schwör. Was ist das? Oh, das war ne Claymore. Nein. Oh, das war ne Claymore. ich bin hinter dir ich lebe komm hin da komm ich komme ich komme ich runter go 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 M ist immer noch erster du bist gar nicht mit mir gekommen du Spacken ne ich war auch jetzt woanders ja ganz ganz hinter mir ich hab dich gerecht aber hinter mir schießt einer und der kämpft ja am sporn kämpft einer hinter uns an der säule aber nicht der hat mich schon wieder dieser morgen ja das ist gut ich bin schon wieder fast hier da bin ich mal das ist wie beim ersten Klasse ich weiß ich bin macht er mich weg ein ich hab hunger ich muss kochen jetzt ja es gibt geschnetzeltes mit reis und zucchini das hat mir gefickt alter guck mal die tabelle an wie schlecht unser team einfach nur ist ja guck doch mal wie schlecht es ist wir sind die einzigen positiv guck doch hin ja ist jetzt einer oder was wir müssen zeitlich kommen hast du eben gesagt zeitlich kommen ja ich bin hinter dir hier ja immer er hat auch mal gesät haben du musst auch auf jetzt danke menschen nicht schießen ja ja ist klar Das war ein Lack einfach. Okay. Oh, ich sehe. Quatsch. Demo hat er mich weg. Da ist keine Boney zu uns. Gesicht. Drei Kills mit einer Nade. Jawohl, ich bin ein richtiger Nerdfucker. Nade-Sucker. Oh, Blend. Wo? Blend die hier bei Spawnung. Oh, einer hat mit einer Claymore. Drei Leute geholt. Da gibt es nur Header. Morgen. Was hatten wir für Cadets? 29-10, jawohl. Fuck, du auf dich. Ja, der Rage ein bisschen. WTF? Schon wieder Granatenkiss. Oh, jetzt bin ich auch negativ. Richtig schwul. Ich hab zu viel Granatenkiss ich gemacht habe schon. Komm mit, Markus. Komm mit zu mir. Bist du. Keine Munition mehr. Komm her. Nein, nächster ist noch einer. Ich weiß, dass es noch einer ist. Ja, genau. Fickt mich halt. Fickt mich halt. Da hat schon einer gekonnt. Oh, das war es wieder. Hab ihn. Der hat mich heute schon ziemlich hart die Damage gemacht. Die Damage. Seht ihr mir? Ja. Voll. Hammer. Ich muss noch landen. Halt um. Komm du von einer Seite ab. Ja, pass auf. Don ma fucker, ne Elendiger. Also immer wenn du laufst, immer eine Granate durch den Hauptangrein werfen. Das ist immer gut. Bist du ganz einfach. 70 helfen. Oh. 14,15. Ah. 23,17. Jawoll. Jawoll. Ja. Dann war die zweite Folge auch schon. Haben wir wieder gewonnen. Oder? Haben wir gewonnen oder verloren? Ja. Ne, ne verloren. Ne, haben wir verloren. Sehe ich auch gerade. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Zu einer weiteren Folge von... Ich wollte schon nicht was auf dem Storm sagen. Warface. Ciao. Tschüss.